Ja, zum einen die optische Gestaltung der Citybox, also es passt sehr gut in unser Konzept. Zum zweiten ist auch die Möglichkeit Plakate reinzugeben, das gefällt mir auch sehr gut. Und zum dritten war das eine tolle Beratung, die uns da hingeführt hat, sagen wir mal so. Es wird auch auf schöne Sachen gut Acht gegeben und indem das optisch so durchgestaltet ist, glaube ich, traut man sich da gar nicht einmal etwas kaputt zu machen.